Wir sind Familie Zeitz aus Eichshausen. Das ist etwa 20 Minuten von Haubinder entfernt. Wir möchten unseren Sohn Hannes hier im nächsten Jahr in die Grundschule schicken. Wir hoffen, dass es klappt. Und wir sind auf die Schule aufmerksam geworden durch unser Patenkind, was hier schon in die Schule gegangen ist. Wir sind da das erste Mal mit dem Konzept von der Hermann-Dietz-Schule in Verbindung gekommen und waren eigentlich direkt begeistert. Und sind auch jedes Mal wieder, wenn wir hierher kommen, von den Örtlichkeiten, von den Räumlichkeiten und von den ganzen Gegebenheiten hier für die Kinder beeindruckt. Und angetan. Und wünschen uns für unseren Sohn natürlich nur das Beste. Und deswegen würden wir ihn gerne hierher schicken. Okay, gut, prima.